Björn Höcke und die AfD planen den Frontalangriff auf die Öffentlich-Rechtlichen. Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt ihr denn die Medienstaatsverträge? Ja! So, wie wir gehört haben, will Björn Höcke den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Und ich habe auch schon mal geguckt, was sie da so vorhaben. Also ich bin komplett dagegen, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft wird. Er muss einfach nur, ja, das Personal muss ausgetauscht werden. Was anderes nicht. Und ich wünsche mir eigentlich hier mein Westfernsehen wieder zurück. Was ich früher im Osten, im Westen geguckt habe. Da war so ein tolles Kinderprogramm am Start. Das habe ich geliebt. Feuerrotes Spielmobil, die Rappelkiste, plumper Quatsch und hast du nicht gesehen. HC Cäsar fällt mir noch ein. Und die ganzen tschechischen Produktionen, Gemeinschaftsproduktionen. Heute passiert doch das alles gar nicht mehr. Und das wünsche ich mir wieder zurück. Und ein Schimanski-Tatort und nicht diese ganzen weichgespülten, ja, das ist der eine Tatort, wie der andere heißt. Also man guckt sich das ja gar nicht mehr an. Früher waren das Straßenfeger. Und heute passiert ja gar nichts mehr. Irgendwas haben sie verlernt in ihrem Handwerk. Oder man hat ihnen die Hände abgehackt und den Kopf gleich zu. Und das Problem ist, dass die Leute da, ja, selbst der Kabelträger, alle nur an ihrem Sessel kleben und einfach alle nur mitmachen. Und wenn das Privatfernsehen, das muss ich hier auch nochmal was dazu sagen. GZ-Gebühren. Ihr könnt doch mal, ihr glaubt doch wohl nicht, dass Privatfernsehen keine Gebühren von euch verlangt. Im Gegenteil. Es verlangt von allen die Gebühr. Das Privatfernsehen, das bezahlt ja nämlich an der Supermarktkasse mit jedem Produkt, was werbefinanziertes Fernsehen unterstützt oder beziehungsweise wirbt im werbefinanzierten Fernsehen. Und das ist nun mal einfach Fakt. Wir bezahlen alle die Privaten, genauso wie wir alle, ja, auch die GZ bezahlen. Nur bei der GZ sollten wir Einfluss haben. Und das wäre nicht schlecht. Und auch bei den Privaten könnten wir Einfluss nehmen, wenn wir eben Produkte, gewisse, eben nicht mehr kaufen. Ja, in dem Sinne, ja, so einfach ist das alles nämlich nicht. Ja, in dem Sinne, ja, so einfach nicht.